So, willkommen zurück. Sorry, dass ich einen kurzen Cut machen musste. Aber da kam gerade eine wichtige Meldung auf meinem PC. Und ja, jetzt konnte ich nur den Speicherpoint wiederholen, nicht auf derselben Stelle. Also verurteilt mich, weil ich jetzt nicht genau an derselben Stelle bin wie vorher. Jetzt muss ich endlich mal hier raus. Dann muss ich hier lang. Ich mach mich aggressiv, der Scheiß. Oh, schnell! Ich bin schon rum. Oh, fuck ey. Jetzt kann ich endlich hier raus. Hoffentlich. Denk ich. Ja. Was? Was? Ja. Ich renne. Wofürz Gramm zu früh sind. Oh! Oh, Alter! ern sie, nur. Nimm sie. Gen個 konsol. Wie viele sind hier eigentlich? Komm Wookie, spritz dir! Ah, geht der nicht? Boah, da ist der! Weg, weg hier! Genau! Was will der falsche Weg machen? Wo zur Hölle soll ich hier hin? Ja, der war doch geil. Also, ich könnte möchtens vielleicht da rüber gehen. Hä? Der Kale bewegt sich auch immer in eine andere Richtung, oder? Shit! Hier! Oh, Mann! Wieder eins! Ne, viele habe ich jetzt von den Scheißdingern schon getötet. Ja, kann ich nicht lang. Ähm... Oh, Mann! Ah! Oh, zum Teufel muss ich hier hin, Mann! Scheiße! Mann! Leg mich wieder auf, deine ganze Scheiße hier! Die Preise! Ah, die Preise! Die Preise ist nicht immer, die Preise! Die Preise ist nicht immer stark, dass man ständig in der Zeit empfohlen muss, Wir haben Finschrät... Ach, das ist, was ich dir Matthews Biste erinnere. Wo ist die hoch? Wo? Oh! Geht nicht zu sehen. Oh! Ja, ja! So, jetzt wieder Munition sparen. So, wieder so'n Audiolog-Dings. Die ganzen Massaktieren! Ähm, wo? Das wollte ich nicht! Scheiße! Bin ich jetzt hier gelandet? Oh, Scheiße! Da ist eins! So leicht komm ich mir nicht davon! Du Bastarde! Ich bin jetzt hier! Du Burro! Ja! Nieg du nur! Alter! Was halten die eigentlich aus? Mann, nein! Nimm doch alle Drogen! Deswegen sehen sie so dumm aus! Da! Gib mir Medi-Packs! Gut so! Aufgaben sind so gut zu klettern, gell? Alter, was hat denn für eine Reichweite, ey? Was, was? Was macht denn das für eine Reichweite? Was? Was macht denn das für eine Reichweite? Was? Was macht denn das für eine Reichweite? Wie geht das für eine Reichweite? Ich bin da mit dem, was ich hier auf mit dem Feuchttag des Ausg electrolytes rauskriegenomme? Gut. Und schön durch die Säure gelaufen. Hast du toll gemacht, Rookie. Dein Name sagt doch alles. Ja, das hab ich vor. Boah, versteck dich nicht so dumm. Gut. Was? Wir rennen, Rookie. Ja, da sind noch eins. Trenn! Wie laut! Schnell, schnell, schnell! Nein! Oh, woher kommt der? Geil! What the hell? Mission complete, aha! Continue! Boah, gutes Ende! Find ich super! Boah man, das war erst die erste Mission! Oh shit! Ja, das wissen wir alles, diese komischen Tipps! Und wenn's man's mal quietscht oder so knistert, das ist mein billiger scheiß Stuhl von Ikea, gell? Also nicht wundern! Ah, die Aliens heißen also Xenomorph, schön, dass man's auch mal erfährt! Ja! Was ist denn? Was ist denn? Nee, oder? F*** den doll! Scheiß den! Oh! Wollt' ich... Wollt' ich uns da wegschleppen, oder was? Scheiß, wer gewaltig war so! Ähm... So klein! Ich darf springen! In der... Ach du Scheiße! Der ist was! Shit! Boah! Fuck! Der tut mir leid! Lichter aus! Oder nee, lieber an! Oh, ey! Die krabbeln hier überall! Ach du mein! Oh! Ja! Reload! Gut! So, ist doch alles schön und gut! Die fressen nur grad meine Kumpels! Und ich verrät ihr auch gleich! Aber! Sonst! Alles cool! Da ist eins! Boah! Das wagt es mich zu hinter... Fuck! Wo ist das jetzt? Alter! Wer hat diese Scheiß-Scharo-Kai entwickelt? Da! Mann! So! Oh, ich hab nur noch die Pistole! Oh shit! Oh, wo sind wir hier? Ein Bagger? You must have an Angel watching over you or something! Naja... Das ist ein bisschen der Atmung, glaub ich! Warte eins! Krieg mich ja verschwommener Hintergrund! Nicht runter! Fang! Ja! Ja! So! Hoch! Was ist da jetzt schon wieder? Ich mag eh jetzt nicht! Super! Klasse! Klasse! Mann! Was hat es mir jetzt gebracht? Richtig! Richtig! Gar nichts! Oh! 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 Ich hab' den Kanal verloren! Ich kann mich grad nicht steuern! Shit! Der hat so'n Ding auf dem Gesicht! Oh Gott! Fuck! Shit! Da ist so'n Ding! Nein! Bitte nicht! Fuck! Wenn das mich trifft, bin ich tot! Der arme Mann! Ich muss ihn töten! Und es kommt noch dieses scheiß Ding da raus! Oh Gott! Komm, da ist! Ich will das nicht! Halt! Stopp! Ja! Raus! Wo? Scheiß! Run auf! Oh! Jetzt brauche ich noch! Boah, fuck, die Nerven liegen blank! Wir suchen die Batterie im nächsten Part! Bis dahin! Ciao!